In dem Moment, wo ich den Auslöser drücke, klappt dieser Spiegel hoch und das Licht dringt an den... das heißt... man kann in einer kurzen Zeit mit kleiner Belichtungszeit kurze Zeit, kleine Blende. Kann der nicht einen Satz fertig sagen? Nochmal. Und dort, wo kein Licht auftritt, trifft. Ja, ich kann nicht mehr reden. Kann das so schwer sein? Viel komplizierter kann man das jetzt nicht mehr erklären, deswegen versuche ich es nochmal. Ja. Hm.